Hey Freunde, kommen wir zum Seasonwoche 10 Auftrag, verursache Schaden bei 10 unterschiedlichen Objekten mit einer Salve aus der aufladbaren Maschinenpistole. Die aufladbare Maschinenpistole finden wir über Bodenloot, aber auch über Truhen. Ich empfehle euch, begebt euch hier zu so einer Werkstatthalle, die finden wir meistens neben einer Tankstelle. Dann nehmen wir hier unser Salvengewehr, laden das einmal durch und wie ihr seht haben wir hier genug Teile. Ringsherum, so jetzt feuern wir einfach und drehen uns dabei einfach um 360 Grad. Zack und wie ihr seht ist der Auftrag damit auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!